Insbesondere zur Weihnachtszeit sehnen wir uns nach Liebe und Geborgenheit. Möge auch deine Familie gesegnet sein und freudig zusammensitzen bei Kerzenschein. Strahlende Kinderaugen unterm Tannenbaum erfreuen sich am Bratapfelduft im ganzen Raum. Ja, ich weiß noch als Kind bei der Bärenmutter, bei der Bärenoma, wie das so war. Ich wünsche dir einen schönen 20. Dezember.